TORI 2 TV, das Branchenfernsehen. Powered by 7Lot, die Zukunft des Fernsehens. Andreas Albert, Vorstandsvorsitzender der Telegate AG. Seit dem letzten Jahr vermarkten Sie für Google lokale Anzeigen. Graben Sie damit den lokalen Zeitungen und den Anzeigenblättern das Wasser ab? Telegate vermarktet Google, weil es perfekt zur Strategie von Telegate passt, als digitaler Vermarkter des Mittelstandes ein leistungsfähiges Angebot für unsere Kunden aus dem Mittelstand zu etablieren. Da geht es nicht darum, irgendjemandem was abzugraben, sondern im 21. Jahrhundert die richtigen Lösungen für Werbetreibende zu finden. Aber haben Sie denn schon böse Stimmen von den Print-Kollegen bekommen, die sich da bedroht sehen von Ihnen? Es gibt viele Aufgeregtheiten in der medialen Welt, in dem Umbruch. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der so quasi sagt, etwas überspitzt, da legt ihr euch mit dem Teufel ins Bett. Aber von diesen Befindlichkeiten und Ängsten lassen wir uns ehrlich gesagt nicht besonders beeinflussen. Warum ist denn der lokale Markt für Sie so besonders lukrativ? Vielleicht eine Überlegung, ganz einfach, sich das klar zu machen. 80 Prozent des Einkommens, den jeder Einzelne von uns hat, wird statistisch in einem Umkreis von 50 Kilometer um seinen Wohnort ausgegeben. Da ist also das Thema, wo letztlich Verbraucher ihr Geld ausgeben. Und insofern ist lokale Suche, der lokale Werbemarkt ein hochattraktiver und relevanter. Wie viel Überzeugungskraft ist denn nötig, um den lokalen Handwerker, den Metzger oder den Dachdecker davon zu überzeugen, dass er jetzt nicht mehr in seinem Anzeigenblatt werben soll oder in einem gedruckten Branchenbuch, sondern im Internet? Ja, wir machen natürlich die Erfahrung, wie in vielen anderen Bereichen auch, dass der Shift von traditionellen Medien, traditionellen Kommunikationskanälen in den Online-Bereich länger dauert, als die Apologeten dann immer glauben. Dafür ist das tradierte Verhalten natürlich auch mitentscheidend. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das gilt natürlich insbesondere in dem Bereich, wo Leute primär als Unternehmer ihr Unternehmen betreiben und weniger sich mit den neuesten Trends in der Marketingwelt auseinandersetzen. Also das ist erklärungsbedürftig. Das ist ja auch ein Grund, warum ein Unternehmen wie Google mit Telegate zusammenarbeitet. Das ist erklärungs- und beratungsbedürftig. Die Welt wird ehrlich gesagt ja auch für den Gewerbetreibenden eine Spur komplizierter. In der Vergangenheit, ich sage mal im letzten Jahrhundert, schaltete man halt eine Anzeige in den gedruckten gelben Seiten und damit wird das Thema erledigt. Das genügt halt nicht mehr im 21. Jahrhundert. Da ist halt der Wechsel im Gange. Sie sprachen von den guten alten gelben Seiten. Warum soll ich denn bei Ihnen werben und nicht bei denen? Das ist ganz einfach. Wir haben ein Multikanalangebot. Wir haben eine hohe Leistungskraft. Wenn wir nur das Online-Thema nehmen, ist Telegate Media, also die Gebündelung von 1188.0 und Clicktel bereits Reichweiten stärker als die gelben Seiten. Wir haben im IVW-Ausweis sie im November letzten Jahres das erste Mal überholt. Wir sind also dort auf einem guten Weg, plus die ganzen anderen Kanäle, die wir anbieten. Und wir haben nicht das Dilemma, dass wir Print verteidigen müssen. Natürlich ist der Verleger der gelben Seiten in einem Dilemma. Er hat ein Produkt, mit dem er gewachsen ist, in dem er entsteht. Und das ist auch gut und richtig. Er pflegt es, er will es erhalten. Das wird immer der Kernpunkt der Argumentation sein. Die anderen Dinge sind dann einfach eine Zusatzaktivität. Wir sind da konsequenter, indem wir sagen, digital first. Und dort sollte der Anknüpfungspunkt sein. Und eben nicht nur die eigenen Produkte, sondern im Sinne eines One-Stop-Shopping ist Google eine wichtige Komponente, ob man es mag oder nicht. Google gehört eben einfach mit dazu und kompletiert das Angebot. Vom Umsatz ist die telefonische Auskunft immer noch der größte Posten in Ihrem Geschäft. Aber ist eine telefonische Auskunft, für die ich 1,50 Euro oder mehr zahle pro Minute, noch zeitgemäß in Zeiten, wo ich die Informationen auf anderen Kanälen auch alle kostenlos bekommen kann? Die Telefonauskunft wird auch in der Zukunft, da ist gar kein Zweifel, ihre Berechtigung haben. Auch wenn das Anrufsvolumen einfach aus diesen genannten Gründen weniger wird, es bleiben trotzdem überlegene Vorteile. Insbesondere in der Situation, wenn es schnell gehen muss oder wenn es kompliziert ist, wenn ich nicht genau weiß, wonach ich eigentlich suche. Dann ist die Telefonauskunft heute nach wie vor unschlagbar und das wird sie auch auf niedrigeren Niveau bleiben. Insofern wird sie immer ein Standbein für uns sein. Zumal Telefonauskunft heute ja viel mehr ist als eine reine Beauskunftung von Nummern oder Adressen. Wir haben das Portfolio ja da enorm ausgebreitet. Im Grunde ist das die Hilfe in allen Lebenslagen und insbesondere dann, wenn es dringlich und akut ist, erfüllt das jeden Tag und auch in der Zukunft hunderttausendfach seine Funktion. Das iPhone und auch andere Smartphones mit mobilem Internetzugang werden immer beliebter. Sie haben jetzt eine neue iPhone-Application für Auskunftsanfragen. Warum machen Sie das? Dann ruft doch keiner mehr bei der Auskunft an. Klicktail für iPhone ist der Shootingstar des Jahres und die erste freudige Überraschung 2009. Wir haben innerhalb von zehn Tagen 80.000 Downloads gehabt und das war innerhalb von kürzester Zeit auf den Spitzenplatz im App Store gestoßen. Ja, warum machen wir das? Das ist ganz einfach. Wenn wir es nicht tun, dann tut es halt jemand anderes. Diese sogenannte Kannibalisierung, die findet statt, ob man das nun will oder nicht und es passt eben hervorragend zur Marke Klicktail, die eben für technologische Innovationen da auch steht und wir fühlen uns da bestens aufgehoben mit. Sie ist extrem funktional. Sie hat integriert alle Funktionen der lokalen Suche, insbesondere auch für Gewerbetreibende, also unsere Werbekunde, interessante Features und zwar gerade eben mit dem Fokus auf Anwendungen, die man in der Situation unterwegs braucht. Am besten, wenn Sie jetzt ein iPhone haben, probieren Sie es selber aus. Auf dem Blackberry funktioniert es auch. Letzte Frage, wo müssen Sie noch geholfen werden? Auf welche Frage suchen Sie noch nach einer Antwort, auf die vielleicht auch die 1188.0 so auf Anhieb keine Auskunft hätte? Wo steht die Welt 2015?